Ich möchte, dass Sie für einen Augenblick darüber nachdenken. Ist Ihnen das möglich? Die Fähigkeit nachzudenken ist nicht unbedingt eine Eigenschaft, die man uns Frauen zuschreibt. Das war eine dumme Antwort. Nur intelligente Fragen verdienen eine intelligente Antwort. Ich werde es anders formulieren. Ich bin gespannt. Man erwartet von Ihnen, dass Sie Ihr Buch zurückziehen. Und öffentlich alle Äußerungen über die katholische Kirche im Zusammenhang mit Sekten, Psychologie und so weiter in unserem Sinne richtig stellen. Im Sinne der katholischen Kirche? In diesem Sinne. Warum sollte ich so etwas tun? Es liegt ganz bei Ihnen. Die Entscheidung über Ihre Zukunft liegt nicht bei Ihnen. Sie wollen mich erpressen? Die altbewährte Methode der Heiligen Inquisition. Womit wollen Sie mich denn erpressen? Eminenz. Sie spielen Schach? Heute nicht. Oh doch. Wir spielen bereits. Ich habe Ihnen gesagt, was wir von Ihnen erwarten. Ich bin gespannt auf Ihren nächsten Zug. Wissen Sie, bevor ich mein Buch zurückziehe, steht ein Krüppelvisier aus einem Rollstuhl auf. Können Sie sich nicht vorstellen, noch einmal verlieren zu können? Frau Dr. Stettfeld, Sie sind am Zug. Wissen Sie sind am Zug.